Ich will, dass du meine Familie kennenlernst. Wir haben schon so viel von dir gehört. Du musst deine Geschenke aufmachen. Au, am Papier geschnitten. Hat hier jemand chinesisches Essen bestellt? Von den Typen, die einen weiteren Vampirfilm nicht ertragen hätten, kommt die Story über eine Frau auf der Suche nach Liebe. Wen wirst du wählen? Mich oder ihn? Seid dabei. Du checkst es einfach nicht. Ich bin ein Killer. Denn jetzt wird's Gaga. Ich habe endlich jemanden gefunden, der genauso ein Freak ist wie ich. Lady Gaga? Zu freaky? Im Herbst beginnt der Kampf. Ein weiterer Hit zum Thema Beißen und Saugen. Du weißt, wer wir sind, oder? Ihr seid die Black Eyed Peas. Warum halten uns eigentlich immer alle für die Black Eyed Peas? Jacob, lauf! Ein Chihuahua? Edward! Edward! Wo? Edward, wir lieben dich. Du bist der Beste. Nein, Jacob ist der Beste. Beileid bis zum Abendbrot. Demnächst im Kino.